So, zack, das müsste theoretisch das eigentlich passen bis dahin, ja jetzt fliegen sie auch wieder, so, so, lauf mal hoch, wir gucken hier nochmal was der Strom sagt, sieht eigentlich soweit gut aus, ja, hier fängt jetzt auch an alles zu stehen, so, wir waren hier schon ganz schön weit durch, aber egal, müssen wir mit leben momentan, ich versuche gerade mal nochmal zu retten, was zu retten ist hier, auf, wo ist lauf, kann ich nicht mehr vom Strom nehmen, ist alles so zusammengeknüppelt, dass es wirklich keinen Sinn macht, hier noch mehr abzuschneiden, wieso ist der da zum Beispiel Strom getrennt, das verstehe ich zum Beispiel nicht, wo hackt es bei dem, ne, 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 du, du bleibst mal hier, ah, verflixte Kacka, kiebe doch nicht, ey, ah, verdammt, jetzt einfach lassen sollen, glaube ich, nicht, oder? Vielen Dank. So, ein Trick. Da fehlt die eine Stromverbindung, die das alles am Leben hält gerade. So, ein Trick. 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 immer für klick wieder hier ja der Spider-Tron zerfällt bald, ja das stimmt, das ist wohl wahr warum haben wir hier die anderen Schlau? so ist das erst mal ja Mauern habe ich jetzt gerade nicht, ist jetzt auch nicht die Hauptsache des Problems ja das ist richtig genau das Problem sehe ich auch gerade deswegen muss ich gerade wieder ein bisschen, ich muss diesen ganzen Reaktorblöcke hier erstmal vom Strom nehmen, dass erstmal das obere hier irgendwie anläuft anders wird es wohl nicht funktionieren, so Schritt für Schritt hier das Zeugs wieder zu laufen zu kriegen das ist ein Lockdown in Faktorio, kann man nicht anders sagen so ein Dreck ja ich höre Max Schaafs Worte, warum nicht Solar? ich bin runtergelaufen komm 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 So So Schön, dass sie mich beliefert. Das bringt mir bloß gerade überhaupt nichts. So, weil dann fallen auch diese ganzen Roboterhangare hier weg und so. Es dürfte auch Stromersparnis geben. Es hat bloß erstmal eine Mache hier das Ganze abzuschalten. So Wo steckst du jetzt noch im Strom? Null. Sehr schön. So, okay. Ja, Fahlo, genau das ist jetzt gerade mein Plan. Sehe ich wieder nix. Sie produzieren so langsam. Ich muss hier halt sehen, dass ich Gehe ich gleich. Ich will bloß die Kiste umstellen. So Tripp, 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 tripp. Und zwar zu dieser hier. Bam. Hier fehlt das gut hoch. Das ist halt völlig leer gelaufen. Zeig. Nebenbei nochmal überlegen, was können wir noch weghauen eigentlich vom Strom. Ich komme von diesen 9,6 Gigawatt halt nicht weg. Wohl. Ich komme mit dem Kiste zu Tschüss. Wir sind die Zirk. 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 Und da sind die Zirk. so leucht halt verdammte scheiße langsam doch aber hier ist die Covarex Anreicherung aber wenn du halt gar nichts am guten Oran hast ja und dann natürlich jetzt hier das mal alles rausnehmen und hier reinhauen das ist jetzt gerade rückläufig Stimmt Stimmt ist auch so ne Idee Stimmt Stimmt richtig so Zack und Gib ihm Ne Stimmt Na klar Danke Fallow Warum nicht gleich diese Idee Meine Güte Das könnte wirklich so ne Art Rettungsanker sein Meine Fresse Ach so ein Mist ey Ich bin Ich bin Ich bin nicht Nein Nein Ich bin Nein Ich bin Ich bin nicht Ich bin Da waren zum Glück auch noch 100 drin, brauchst bloß gefühlte Ewigkeiten um das herzustellen.